nee aber das weißt du das wäre ja kein problem oder wir nehmen noch so ein stein und noch so ein stein ich habe weitere noch drei steine kann man hier hauten hau nun mal bitte diese steine ab mal hau mal die ja immer gerade auf seite zu mir mal die gefallen und hau diese drei steine mal ab ja ich weiß da kommen silber fisch raus und da sind noch zwei ich wusste nicht dass sie auf dieser höhe sind sie irgendwie nein zur not können wir ja warte wir haben jetzt dienstag ja gut es gibt im endeffekt nur zwei möglichkeiten entweder wir nehmen jetzt natürlich ein bisschen länger auf nee das geht ja nicht weißt du doch ja gut du musst morgen wieder arbeiten wäre diese arbeitssache nicht wäre das ist das kleinere übel weil ich will nach der aufnahme direkt schon ein paar trendern damit morgen direkt einer kommt und deswegen ist dann quasi so viel wie wir müssen dann wirklich am wochenende ran ja weil die woche will ich gucken dass ich noch nie etwas biet aufnehmen und gleich nochmals aufpark und deswegen muss ich muss mit pixel noch gucken wann wir sensor aufnehmen das am montag konnte er jetzt nicht weil er ist es wieder neu installieren musste weil er sie mal die vorab version von windows 10 getestet er hat mir aber leider nicht gesagt wie sie ist ich hatte ihn eigentlich darum gebeten denken wir wieder ein kacheloptik wie acht auch die schrauben da schon etwas runter sie wollen gucken dass sie wirklich wieder mehr fokus auf den desktop setzen hatten sie soweit ich weiß und deswegen also ich war soweit ich weiß schrauben sie da das wieder ein bisschen runter das wieder in die etwas frühere variante gehen was suchst du die öfen ich muss mein inventar ein bisschen entleeren koppel schmeißt du am besten hier hin wieso muss er das eigentlich immer sagen wenn ich kurz vom lager bin glaubst du jetzt wohl nicht dass ich den weg jetzt noch mal zurück renne koppel schmeißt du am besten hier hin nein du brauchst mich jetzt nicht kicken danke nein du kannst ja auch eine der kisten kannst du auch mit nach hier vorne holen und den stone brenn ich halt für nachher burg und b für ja alles wurde mäßig könnten vielleicht gucken ob wir nur klinisch nehmen oder auf die stone wechseln wegen den stimmel artigen design und das hatten wir auf borgen wenn ich mich nicht komplett jetzt irre manchmal ob man ich benutze die klinisch im moment eh eigentlich mehr oder minder nur dafür wenn wir jetzt einen kleinen exkurs machen und weg ab dass man das pflegt also das was so ein bisschen gleich aussieht anders gibt mir mal zwei reisen was soll gerade im lager voll angekommen das ist jetzt nicht dein ernst das war gerade irgendwie lustig getrollt gib mir zwei eisen geschmeißt du mir hin ritter lang wo sind jetzt meine zwei eisen aber du schaffst es gerne leuten in der fresse rumzulaufen irgendwie natürlich lieblingsbeschäftigung oder witz ja klar wo lange leuten auf die auf den geist gehen bis sie mir freiwillig eine reinhauen wollen haha ja ist klar ok wir sind da wir müssen nach da wir haben noch einiges vor uns wir sind da wir müssen nach da und da ist eigentlich das ziel ach das ziel ist noch kilometer entfernt äh moment warte ein block ist ein meter das heißt wir müssen noch mindestens tausend blöcke weg holen also laut minecraft wiki ist ein block ein meter also eine kante block ist ein meter wird nachher aber so wie es aussieht auch noch mein video aufnehmen dürfen ja rela hat mich gestern noch gefragt ob ich nicht mal so also er hat mich natürlich dazu angehauen den aktuellen status vom plugin jedes mal zu posten so einmal im monat dass die noch wissen wo ok er arbeitet dran und des weiteren hat er mich hat dazu angehalten dass er sagte ich solle doch bitte ich hab eine stone pickaxe in der tasche aber ich hau mit einer eisen pickaxe alles weg du solltest du ja ich sollte natürlich auch noch mal also am besten wäre so info videos weil der hat mal mit den leuten darüber geredet und er ist wirklich gespannt wie ich den großen faktor ingress in dieses game einbauen willst du das spiel dann das spiel dieses ding auf die 1 8 jetzt umändern oder wie ich das ich habe mal getestet der mein privater server den ich auf dem desktop habe der läuft auf 1 8 läuft es genauso wie auf 1 7 also ich muss da nichts umschreiben die haben die befehle aber irgendwie nicht wirklich geändert einzige was sie geändert haben war es gibt jetzt diesen befehl nicht mehr wirklich oder es kann sein dass das nur der fall ist weil ich das auf dem privaten wenn ich mich nicht irre war das nicht in zirka zeit begriff bei nitrate das war generell ein das war generell bei bucket alter du bist so hast du mich gerade gekickt oder hast du oder habe ich gerade so die connection gelostet ich weiß nicht ob du so eine meldung namens leck mich bekommen hast nein dann habe ich die verbindung so gelostet nee weil eigentlich habe ich dich gekickt mit leck mich aber scheinbar bekam es zu die menschen halt mag keine menschen ich habe gerade auch einmal kurz was getrunken ich weiß wo das trinken steht aber dafür müsste ich kurz noch ein bisschen was zu tun platz steigen das heißt sie würden hier nichts sehen was ich gerade baue bei bauer abbaue er wo müssen wir denn jetzt überhaupt noch hin also hier auf jeden fall in die richtung ist es auf minus 212 wir sind jetzt erst bei 117 mehr 122 ich kann man ja kurz mal in die richtung mich dahin bauen werde ja ich komme dann hinter dir her falls es jedenfalls die spitzhacke noch bis dato hält halte spitzhacke halte ich glaube eher weniger ja war so klar jetzt darf ich auf stein zurück wechseln äh ich hätte noch eine iron pickaxe warum habe ich also hier nimm gerade die stone warum habe ich eigentlich noch eine hoe in der tasche weiß ich doch nicht ok irgendwie habe ich jetzt gerade voll hunger auf süßes aber ich finde ich aufstehen essen gibt es in der aufnahme nicht wir haben nichts gesagt von wegen süßes gibt es das ist auch essen du sack wobei ich bin so süß erreicht kannst ja wenn du magst kannst du schon mal dich in die richtung dahinten graben und kannst dann auch markieren wo die kurve kommt ist ja nicht gerade so als haue ich mich nicht gerade einfach mal auf minus in richtung minus 212 oder so nein naja nur ein vorschlag für dann nachher da hinten dann noch kann es sein dass wir nacht haben warum oh hi schlucht nein ich weiß jetzt warum ich ein skelett höre kann es sein dass wir hier ist eine schlucht mit irgendwas interessanten drin scheiße 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 15. tot das nicht wie machen wir das mit der schlucht soll ich da einfach einen weg hin bauen oder wie ist das was noch da hallo hallo äh was jetzt hab ich das problem seit wann hab ich denn ein problem hä was ist denn jetzt phase hä ok leute das muss ich jetzt gerade nichts verstehen wieso hab ich denn jetzt internet probleme connected frag mich nicht was das war was auf einmal telekom für ein problem hat aber ich hatte gerade irgendwie ein connection last ähm steven ja ihr sind eigentlich schon quasi auf der ebene ja wie gesagt ich weiß nicht warum ich gerade selbst warum diese internet probleme bei mir gerade waren ich weiß nicht nicht ob ich irgendwo nicht ob bei uns eine störung ist oder so weißt du noch da wow ja klar ne ne wir sind eigentlich schon fast an der ebene angekommen ja aber ich ich hab ja die kurz dir gegeben bei der höhle deswegen und deswegen haue ich mich auch bis dahin aber auch diese spitzhacke wird mich nicht auf diesen weg weg führen dieser weg wird's voll schwer werden genau nein ich hab ja grad mich hier oben durch die decke gehauen aus versehen und ähm ja da oben ist der fluss vor der schlucht unten ich hab mich nämlich gewundert warum hier wasser durch die decke popft und bin der sache mal auf den grund gegangen und ja da oben haben wir quasi schon anfang der schlucht ok äh ja anfang des äh anfang der ebene so jetzt ist natürlich die frage sollen wir das ganze hier einfach abbrechen und dann ja das heißt abbrechen ähm wollen wir das ganze einfach dann hier äh jetzt so rüber laufen lassen oder willst du mich verarschen wie du sie äh du siehst doch schon wie weit ich diesen gang hier habe aber auch interessant wir haben da hinten angefangen zu graben im Tunnelsystem also sprich wir haben da hinten angefangen mit Tunnel und sind hier unten bei eben ne da siehst du mal wie wenig unser Lager eigentlich unter der Erde liegt kommt vor ja das ist unser Ex-Lager also auf der Höhe glaube ich nein nicht ganz oder warte 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 Tiles dabei ist es doch eigentlich recht tief ja gut du musst ja auch überlegen dass wir im Extreme Hills sind ne sei mal dazu gesagt ich habe aber dennoch nicht gedacht dass wir doch äh ok ähm ich hätte aber dennoch nicht gedacht dass wir doch ähm ich hätte aber dennoch nicht gedacht dass wir doch ähm ähm jetzt schlussendlich hier runter betrachtet dann äh Fluss heißt also dass dann hier quasi so knapp vor der Ebene rauskommen und äh auch ungefähr auf der Höhe hätte ich jetzt nicht gedacht hätte ich jetzt nicht gedacht wie ehrlich mein der Tunnel der ist ellenlang ich sehe jetzt von hier mit 8 Chunks auf jeden Fall nicht im Vorload wo da hinten das Ende ist so viel sei gesagt ich bin schon wieder auf dem Weg zurück bist du bei 200 oder ich bin schon bei der 212 angelangt ja und bin jetzt wieder auf dem Weg zurück ah cool falls es die Spitzhacke jedenfalls zulässt ja ich hab grad mal die Öfen wieder ein Stückchen nach vorne gehauen so geholt ich höre ich höre also du musstest mich auch hören ne jep tue ich ja wo kommt das Wasser her ja wie gesagt oben drüber ist Fluss gut Tag da bin ich wieder damit damit haben wir jetzt schon mal soweit zwei Gänge ah ich werd weg oder auch nicht wie du siehst um drüber ist Fluss wie du siehst siehst nix ähm so deswegen wir sollten hier schon ein bisschen aufpassen wie wir haben ja ich bin gleich wieder da es wird jetzt ne lange 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 Reise äh warum wir haben doch die Öfen gleich hier vorne darum geht's nicht meinst du wegen Mentar auspacken was